Herzlich Willkommen bei TTXpert. Wir sind das Tischtennisfachgeschäft in Dillingen und der Region. Wir haben eine große Auswahl an Tischtennisartikeln, egal ob für den Freizeitspieler, für die Schule oder für den Vereinsspieler. Unser Shop in Dillingen ist in der Johann Michael Seiler Straße Nummer 5, direkt in der Nähe vom Krankenhaus. Kommen Sie herein. Kommen Sie zum nächsten Mal. Tischtennistrainer, Mentaltrainer im Leistungssport und kann jedem Hobby- oder auch Profispieler weiterhelfen. Gemeinsam für Dillingen. Wir freuen uns auf euch.